Hallo, ihr habt Feinküchner mit recht herzlich willkommen am Roastingkanal und zum kleinen FNAB-FNAB-FNAB-GAME. Heute spielen wir zusammen die Demo von Five Nights at Freddy's Abandoned Abandoned Call. Wie gesagt, es ist eine Demo, ich weiß nicht wie es ausspricht, New Game. Freddy Fazbear's Pizza Und wie es taugt nix, dann krieg ich die Krise, wir müssen nur gucken. Wann? Äh? Really? Really? Kann ich hier was tun? Ich glaube, das ist meine Energie. Meine Energie, wo da oben ist. Da oben läuft die Zeit runter. Sobald ich... Ich seh das... Seh das da oben? Ich nehm dir nicht nur die ganze Zeit im Dunkeln auf, oder? Ah, das gibt's wohl nicht, oder? Ah, leg doch die... Ah nein, das macht ja keinen Spaß, oder? Äh, oder... Sei mal ehrlich. Man hat nur... Und die... Wenn man es nicht daran hat, geht die Energie nach unten. Erst rechts? Really? Wie kann man nur so ein Spiel machen? Erst links. Das... Das ist doch ein Dreck. In meinen Augen ist sowas Dreck. Aber absolut. Vollrotz Gemüse. Das... Das macht doch keinen Sinn. Dann... Warum... Warum... Warum muss man hier alles schwarz haben? Why? Du verstehst nicht. Wie kommt man auf so eine... Bekackte... 3am. Bekackte... Ideen, dass es so ein Fool zu machen. Auf die Uhr gucken. Immer noch 3am. Das macht doch keinen Spaß, oder? Immer... Immer im schwarzen Bildschirm anzuschauen. Oder? Oder was meinst du? Really? Oh Gott. Ganz einfach rot. Fertig. Aus. Amen. Das ist scheiße. Du schaust dich doch kein Mensch an. Nein. Oder? Weiß ich... Ich werd's mir nicht anschauen. Ehrlich gesagt. Du wärst ja... Du bist bescheuert, oder? Wir haben erst 4 Uhr... Ich bin jetzt bei 140. Das ist doch ein Fool. Ne. Leute, da nehm ich einmal auf und dann ab in miese FNAF Fangames. Da war 116. So wie es aussieht, ne. Und dann aber ab zu führen nach... 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 Mühlhalde. Äh? Fool. Bist du ein Bad? Yo Baby, yo Baby, yo. Bist du... Er ist weg. Wir haben 5 Uhr. Und ich hab noch 80. 80. 80 Energy. 80. Yes. Also ne. So leid man's tut, lieber Entwickler. Ehh. Wo ist denn? Bloß nicht. Das war die Demo von Five Nights at Freddy's Abandoned Call. Ich find sowas oberscheiße. Aber absolut du sitzt. Wenn jetzt... Ehh. Vergessen wir's einfach. Ehh. Macht keinen Spaß. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wird mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auf einmal. Auf einmal großen Kanal. Bitte bemerkt euch die Videos. Schreibt was in die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo habt. Einfach nur aufs Köpfen drücken. Press the hit button for subscribe to my channel. Als sonst schon genießt das Leben. Enjoy life. Habt Spaß miteinander. Verhaut hin hin. Und ich sag tschöne Menü. Euer Rosi Reitner. Thank you. Bye. Bye bye.